Hallo, wir sind gerade am Flughafen. Es geht los zum nächsten Trip. Wir haben schon die erste Herausforderung, weil unser Gepäck mit 23 Kilo wird nur 20 Kilo mitnehmen. Deshalb wird jetzt ausgepackt. Willkommen in reiner London. Bis jetzt läuft noch gar nichts nach Plan, aber wir bleiben positiv. Ist gut. Okay, also wir sind jetzt endlich im Hotel. Es war ein Erlebnis. Aber we did it und es geht bergauf. Deshalb, ja. Jetzt Selfcare und dann schlafen, fett essen und morgen ein neuer Tag und es geht weiter. Okay, wir sind jetzt on the way, sorry, zu unserem anderen Hotel. Mal schauen, mal schauen, was wird. So, wir sind on the way, wir müssen da noch drauf. Okay, wir sind im Hotel angekommen nach einer größeren, einem gröberen, naja, wie fragt man? Es war ein bisschen ein Aufwand. Es gibt keinen Lift. Aber dafür haben wir eine süße Aussicht. Schaut süß aus. Fähig. My opinion. Das war ja. Es gibt keinen Heimat. Ein Stück zu Hüadern, Lady Söder, Caleb. Entfermungsonton Winston. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020